Wir werden gleich in unseren ersten Tagen mal ein bisschen auf eine Härte-Probe gestellt. Wir sind jetzt so richtig mittendrin. Oh, oh, jetzt geht's los. Wir sind jetzt seit zwei Tagen auf der Peloponnese, was so unser südlichstes Ziel von Griechenland ist und freuen uns total, diese Gegend hier zu erkunden. Und wir werden gleich in unseren ersten Tagen mal ein bisschen auf eine Härte-Probe gestellt, denn es gibt gerade eine ziemliche Unwetter-Sturmwarnung, was teilweise wohl ganz schön heftig werden kann. Aber wir werden mal sehen, wie wir dieses Wochenende jetzt überstehen werden und wie stark der Sturm hier zu spüren sein wird. Wir stehen auf so einem Parkplatz direkt am Wasser und wir haben jetzt schon einige Leute kennengelernt, die genau vor einem Jahr auch hier standen und genau vor einem Jahr hat es hier auch ein ziemliches Unwetter gegeben. Und dabei ist das hier entstanden. Also wir hoffen jetzt einfach mal, dass es bei uns nicht ganz so krass wird. Wir stehen jetzt zwar noch direkt am Wasser, aber auch nicht ganz direkt. Also wir haben schon einen guten Abstand zu der Kante von dem Platz gelassen. Aber wenn natürlich die Wellen jetzt richtig krass werden und ich denke auch für heute Nacht werden wir uns wahrscheinlich nochmal umstellen, um einfach da auf der sicheren Seite zu sein. Aber wir werden sehen und wir werden vor allem sehen, wie wir dann die Zeit eigentlich vertreiben, wenn wir hier quasi in den Van eingesperrt sind. Und du kochst für uns? Wir nutzen jetzt nochmal, ich wollte gerade sagen, die Ruhe vor dem Sturm für einen Spaziergang. Es ist nicht mehr ganz die Ruhe vor dem Sturm, weil es ist schon gut windig und stürmisch, aber es regnet noch nicht und es ist noch nicht zu krass. Deshalb gehen wir jetzt nochmal eine Runde raus und ich will vor allem nochmal die kleinen Katzen besuchen, die irgendwo hier hinten sich rumtreiben, weil die sind ziemlich süß. Ja, ich will die Fakten füttern. Ja, das ist sehr crazy hier, oder? Das ist auch alles hier letztes Jahr dem Sturm zum Opfer gefallen. Ganz schön krass. Also für mich schaut das hier noch nicht nach Sturm aus. Ich bin mal gespannt, ob da überhaupt was kommt. Ja, ich glaube, da scheiden sich die Geister. Die einen bereiten sich voll krass vor und sind voll in der Angst und irgendwie extra ins Inland gefahren. Und wir haben irgendwie, weiß ich nicht, ich meine, klar ist es windig, und man weiß halt nie, wie das hier am Meer so ist vom Wetter. Es kann sich halt jederzeit ändern, aber gerade ist es noch relativ entspannt. Hier nimmt es jetzt gerade ein bisschen zu. Es bleibt spannend. Jetzt geht es los. Jetzt ist es da. Wir haben uns in den Van verkrümelt. Der Fabian-Werb liegt, glaube ich, draußen. Ich wollte gerade sagen. Aber jetzt hat es schon angefangen zu regnen und es ist schon auch stürmisch und blitzt und jetzt hat es auch gerade richtig laut gedonnert und wir sind jetzt so richtig mittendrin. Ja, ich glaube, wir sind... Dir könnte es nicht besser gefallen, oder? Fabian hat richtig Bock. Wir könnten schon noch... Er wird am liebsten draußen sitzen bleiben. Hol dir halt deinen Stuhl, hock dich halt raus. Der Hund freut sich, dass er nicht allein ist. Darf ich wirklich raus? Noch so ein bisschen? Ja, wenn dir das Spaß macht. Das Wetter hat Fabian aber dann doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Lauter Sand reinbekommen. Oh, oh, jetzt geht es los. Jetzt geht es richtig los. Wir bewegen uns jetzt mal nicht. Und dann seht ihr mal, wie doll das Auto wackelt an unserem Traumfänger. Wir bewegen uns gar nicht. Das ist nur der Wind, der uns hier durchrüttelt. Das ist richtig krass, oder? Heftig, ja. Ich glaube, er meint auch ernst. Ja, der meint richtig ernst. Ich habe immer noch meine Mütze an, weil es hier drinnen auch zu windig ist. Wir haben uns hier für den Max-Fan entschieden, unter anderem, weil man den auflassen kann, wenn es regnet und es nicht reinregnet. Guck mal. Hier. Also, ich glaube, ich habe den gerade zugemacht per Fernbedienung und ich glaube, dass sich der Wind von unten so reingepustet hat, dass er den aufgedrückt hat, weil er hat gerade die ganze Zeit versucht runterzugehen. Und jetzt habe ich ihn runtergekurbelt und es hat funktioniert. Ihr kennt es doch alle. Samstag, Nachmittag, Wochenende und es regnet in euren Vans. Ich lasse jetzt mal den Fabian das Wetter beobachten. Hier ist nämlich schon wieder ein bisschen Chaos. Das Gute am Vanlife ist, dass das Chaos schnell wieder aufgeräumt ist und da ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt für. Also, sehen wir uns in zwei Minuten wieder, wenn es alles ordentlich ist oder so ähnlich. Okay. Okay, zwei Minuten ist ein bisschen sportlich. Fünf, sagen wir fünf. Fünf Minuten start. Was ist jetzt? Jetzt ist mein Timer zu Ende. Ich bin schon ziemlich weit. Also, ich habe nur noch eine Pfanne zu spülen. Abtrocknen ist dein Job. Hast du vorhin gesagt? Habe ich dummerweise tatsächlich gesagt. Also, ich finde insgesamt schaut es hier schon wieder ganz gut aus, weil es war echt richtig chaotisch, weil Fabian gekocht hat und Fabian kann zwar gut kochen, er kann aber auch sehr gut Chaos machen während dem Kochen und es kann aber schon gut sein, dass wir nachher hier nochmal ganz schönes Chaos veranstalten, weil wir haben was vor, was eigentlich eine ganz gute Schlechtwetteraktivität ist. Aber ja, jetzt gerade ist erstmal Ordnung angesagt. Wir haben ja hier unsere Notfallluke für Notfälle. Jetzt haben wir zwar keinen Notfall, aber es ist draußen nass und wir fahren jetzt hier ein bisschen vor, weil wir sind ja direkt an dieser Klippe. Mira hat es ihr erzählt und lieber haben wie brauchen. So Fabian, jetzt zeigst du mal, wie gelenkig du bist. Erst die Beine durch. Ah ja. Aua. Genau so, gut gemacht. Bisschen noch. Okay, gut. Ich habe jetzt mal unseren Omnia aus dem Schrank gekramt, denn bevor wir irgendein anderes Projekt starten, werde ich uns erstmal leckere Brownies backen, weil was gibt es geileres an einem verregneten Samstag als Brownies? Ich denke nichts. Wir widmen uns jetzt einem Projekt, das wir schon relativ lange vor uns herschieben, was uns aber gleichzeitig ultra aufregt, dass wir es bis jetzt noch nicht gemacht haben. Und zwar ist das der Stauraum unter unserer Eckbank. Seit kurzem haben wir da irgendwie so ein Chaos, dass man nichts reinbekommt, man kriegt aber auch nichts raus und das sind die ganzen Sachen, die wir eigentlich täglich brauchen. Also es ist eher unpraktisch. Mich zieht es schon so innerlich zusammen. Kennt ihr das? Wenn ich so drüber nachdenke, als ob ich gerade in der Situation wäre. Ja und jetzt werden wir uns diesem Thema mal widmen und da einfach mal alles rausräumen und dann ganz ordentlich wieder reinräumen und hoffen, dass die Ordnung diesmal ein bisschen länger hält. Wir haben in unserer Eckbank zwei große Übeltäter, die dafür sorgen, dass da nichts mehr so ist, wie es mal war. Das eine ist diese Kiste mit 100.000 Kabeln und anderem Elektrozeugs und Übeltäter Nummer zwei ist diese kleine Akkubox. Die habt ihr ja im letzten Video gesehen, ist uns kaputt gegangen und der Fabian hat sie einmal auseinander gebaut und seitdem ist die so halb zusammen und halb nicht da drin und blockiert einfach alles. Und heute wird sich das ändern. Hoffe ich. Das ist auch so ein Übeltäter. Das ist auch so ein Übeltäter. Jetzt geht es halt erst mal an sortieren und neu strukturieren, weil jetzt gerade ist Chaos. Okay, wir haben jetzt eine kleine Lagebesprechung gemacht. Also die Elektrikkiste kommt hinter, die kaputte Akkubox kommt hinter und der Werkzeugkasten kommt hinter. Und damit ist hier schon mal viel, viel mehr Platz und das ist schon mal nice. Also mir ist die Kiste ja auch ein Riesendorn im Auge, weil die ist auch so klobig und da sind lauter Dinge drin, die die Mira unbedingt mitnehmen wollte, die wir noch nie benutzt haben. Jetzt sind wir drei Monate unterwegs und Mira, jetzt darfst du dir an der Stelle mal wirklich die Frage stellen, was willst du im Leben? Ich will, dass du mit mir Spiele spielst. Da sind Spiele drin. Ich kann nicht alleine Siedler von Katan spielen. Weißt du, ich weiß, wie wir mal Knie vergespielt haben. Ich kann auch nicht alleine Cashflow spielen. Ich könnte theoretisch alleine Kniffel spielen, es wäre aber sehr langweilig. Also sorry. Jetzt versuchen wir das Ganze mal ein bisschen strukturierter anzugehen. Was denn? Das Aufräumen. Achso, ich dachte, unsere Videos. Das war doch schon ganz gut. Kann ich ein Stück Kuchen? Willst du ein Stück Kuchen? Nee, ich habe nur zum Spaß gefragt. Dann nicht. Oh, bitte doch. Okay. Der Van schaut jetzt wieder super aus. Vor allem schaut es unter unserer Eckbank wieder super aus und wir können arbeiten, ohne eine Krise zu kriegen, weil wir unsere Sachen nicht rausbekommen. Jetzt ist es mittlerweile dunkel. Das Gewitter ist eigentlich relativ entspannt, würde ich sagen. Also es regnet, es ist ein bisschen windig, aber nichts, was uns jetzt irgendwie Sorge bereiten würde. Mal schauen, wie es heute Nacht wird. Ich glaube, dafür ist so ein bisschen der höchste Punkt nochmal angesagt, dass es da nochmal krass werden könnte. Also mal schauen. Der Fabian richtet uns jetzt eine Brotzeit her und dann werden wir uns den restlichen Abend wahrscheinlich mit Netflix vertreiben, weil was soll man sonst an so einem Regentag noch machen am Abend? Fabian versteckt sich unter der Decke, weil er gerade schon eingeschlafen ist. Wir werden uns jetzt schlafen legen. Genau jetzt hat es gerade angefangen nochmal stärker zu regnen. Das hatte bis jetzt schon ziemlich gut nachgelassen. Also mal schauen, was das Wetter heute Nacht so macht. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben die Nacht gut überstanden. Für mich war sie so mittelerholsam. Der Fabian hat geschlafen wie immer. Ja, also es war jetzt nicht so wild. Es hat schon immer wieder mal gedonnert und geblitzt und vor allem hat aber immer wieder mal so stark Regen angefangen und der ist halt hier auf dem Van und vor allem auf dem Dachfenster natürlich sehr laut. Und wenn man so einen leichten Schlaf hat wie ich, dann wacht man davon halt mal auf. Ja, und jetzt schauen wir mal, was der heutige Tag so bringt. Auf dem Regenradar und auch hier am Horizont schaut es schon so aus, als wird dann nochmal eine gescheite Wand auf uns zukommen. Wir werden sehen. Wir wollten jetzt gerade mal ins Wasser, aber jetzt haben die Wellen wieder so ein bisschen zugenommen und da hinten zwischen den zwei Inseln, ihr könnt es auf der Kamera sehen, kommt gerade voll was runter. Es schaut richtig krass aus. Und es schaut einfach aus, wie wenn ein Vulkan irgendwie ausbricht. Hallo. Was machst du? Ich muss den Kühlschrank. Der ist nämlich saueklig. Ich glaube, irgendwas ausgelaufen ist und es muss weg. Danke, dass du das machst. Ja, bitte. Ich glaube, der Sturm ist jetzt vorbei. Den Strand hat es ziemlich weggespült. Das ist echt krass. Bestimmt zwei, drei Meter genommen. Ja, an so bestimmten Stellen. Also man sieht richtig, wie das so abgebrochen ist. Also es war auf jeden Fall gut, dass wir ein bisschen nach hinten gefahren sind. Es wäre zwar wahrscheinlich jetzt nicht nötig gewesen, aber man weiß es halt einfach nicht und da ist es besser safe than sorry. Man steckt nicht drin. Richtig. Das Sturm bestimmte Wochenende nimmt damit jetzt ein Ende. Wir haben vor allem heute wirklich Piano gemacht und eigentlich nur im Bett gechillt, Netflix geguckt, ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen mit den Nachbarn geplauscht, aber es war super relaxed und es war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung hier. Ja, definitiv. Also so am Meer kann man auf jeden Fall mal mitnehmen, dann sieht man die Naturgewalten nochmal ganz anders. Ja, das auf jeden Fall. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit diesem Video und wir freuen uns schon, euch nächste Woche im nächsten Video wiederzusehen. Ja. Bis dahin. Bis dahin. Peace. Wir könnten mal wieder Monopoly spielen und uns danach hassen. Ja. 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 Wir brauchen für mich. Baus. Vielen Dank.